Ewa Pajor Ganz klar, Ewa Pajor. Sie ist einfach schnell, so schnell. Niemand kann sie einholen. Ewa, Ewa Pajor. Das ist klar, Ewa Pajor. Sie ist so schnell. Ich versuche immer gegen sie zu spielen, aber sie ist einfach zu schnell. Ach so, im Team. Ich dachte, jetzt Usain Bolt. Eindeutig Ewa Pajor, die rennt allen davon. Da kann man eigentlich immer nur noch hinterher schauen. Ewa Pajor. Ewa Pajor? Ewa Pajor. Ewa Pajor, for sure. Sie ist extrem schnell. Ich habe gehört, ein paar Mal ist dein Name auch gefallen heute Abend. Ja, aber vielleicht ohne mich dann. Die andere Spielerinnen. Oh, gute Frage. Ähm, warte kurz. Mal schauen. Ich weiß nicht. Wir haben, glaube ich, schon ein paar gute Tanzerinnen. Also, einfach eine tolle Mannschaft. Ich glaube, Sarah Dorson. Almut. Almut ist unser Schlaubi in der Mannschaft. Und ja, über die geht nichts. Absolut Almutspul. Das ist, glaube ich, Almut. Almut weiß alles. Da würde ich jetzt auf Almutschuld tippen. Sie weiß einfach alles. Almutschuld. Da muss ich gar nicht lange überlegen. Almutschuld. Almut weiß alles. Und sie hat gutes Wissen. So, ich würde sagen, Almut. Wissen. Ich habe jeden Tag gekauft. Komm, Wissen. 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 Gib.